Die Gastrodat Online-Buchung. Direkt, provisionsfrei, simpel. Das ist Maria. Maria hat ihr Hotel auf mehreren Buchungsplattformen registriert. Damit Marias Zimmer auch gebucht werden, muss sie viel Zeit investieren und mit enormen Provisionen leben. Das kostet Maria nicht nur Geld, sondern auch einen hohen Arbeitsaufwand. Was kann Maria also tun? Welche anderen Möglichkeiten hat Maria? Wäre es nicht leichter, wenn alles aus einer Hand kommt? Gut, dass es Gastrodat gibt. Mit der Gastrodat Online-Buchung nutzt Maria ihre eigene Website als Marktplatz mit minimalem Aufwand. Maria macht mit wenigen Klicks ihre Zimmer online verfügbar. Leistungen, Beschreibungen, Bilder sowie buchbare Zusatzleistungen stellt Maria vorab in Gastrodat ein. Preise, Pauschalen, Saisonzeiten, Rabatte und Kurzaufenthaltszuschläge kommen direkt aus Gastrodat. Maria bestimmt die Zimmerbelegbarkeit, Restriktionen für fixe An- und Abreisetage sowie Mindestaufenthaltsdauer und Sperrtermine. Außerdem wird Marias Gästen sofort ein alternativer Zeitraum angeboten, wenn ein Zimmer in der gewünschten Zeitspanne nicht mehr verfügbar ist. All diese Funktionen garantieren Maria nur Buchungen, die sie tatsächlich will, optional auch mit direkter Online-Zahlung. Nach erfolgreicher Buchung bekommen Marias Gäste automatisch eine Buchungsbestätigung. E-Mail lesen war gestern. Vollautomatisch werden Marias Buchungen in den Zimmerplan importiert. Dabei sind die Gästedaten hinterlegt und der Termin blockiert bereits das richtige Zimmer mit den aufgebuchten Leistungen samt Zusatzleistungen. Fehlerfrei und in Echtzeit erhält Maria nun alle Buchungen. Maria möchte die neu gewonnene Freude gerne mit ihren Gästen teilen. Dazu stellt sie selbstdefinierte Aktionen, Frühbucherrabatte und Last-Minute-Angebote ein. Gastrodat. Simplify Hospitality.